Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du in Microsoft Excel die Excel Analyse Funktion aktivierst, um eine Datenanalyse durchzuführen. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Primär wird die Excel Analyse Funktion dafür verwendet, damit Anwender kostbare Zeit bei der Auswertung von komplexen Datenanalysen sparen können. Aus diesem Grund bietet die Excel Analyse Funktion verschiedene Tools an, die die Parameter für die Analyse bereitstellen, sowie auch die Ergebnisse automatisch berechnen und ausgeben. Nach der Aktivierung stehen in dieser Analyse Funktion verschiedene Tools zur Verfügung. Ein Blick darin, und zwar unter dem Bereich Daten und Analyse, gibt es den Bereich Datenanalyse und wir erhalten sozusagen die ganze Liste an verfügbaren Analyse Funktionen. Um nun die Datenanalyse zu aktivieren, benötigt es folgende Konfiguration. Und zwar auf dem Bereich Datei, Analyse Funktionen, im unteren Bereich gibt es die Rubrik Add-ins und wie hier zu sehen, ist die Analyse Funktion bereits aktiviert. Falls diese nicht aktiviert sein sollte, dann im unteren Bereich unter Verwalten, Excel Add-ins, gibt es den Los-Button und kann hier die Analyse Funktion aktivieren oder deaktivieren, sowie auch weitere wie Euro-Currency Tools und viele weitere Tools aktivieren. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich die Datenanalyse verwenden und eine beliebige Analyse Funktion nun verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.